Na schön, du kannst dann wieder deinen eigenen Job machen. Da vorne steigt die Konvention. Die Security ist bereits unschädlich gemacht. Und da finde ich diesen Gensei Kihara. Solange du mir nicht in die Quere kommst, kannst du auch von hier aus zuschauen. Sehr witzig. Diese Typen, die nichts ohne Opfer anderer auf die Reihe kriegen. Reiß ich in Stücke! Hey, Moment, nicht so schnell! Level 6. Eine Domäne, die allein mit vorbestehenden Fähigkeiten nicht zu erreichen ist. Selbst Accelerator hätte dafür 20.000 Klone töten müssen. Was auch immer Gensei Kihara im Schilde führt. Er wird dafür einen noch größeren Gegenwert aufbringen müssen. Das Einzige, was sowas Gewaltiges als Kompensation akzeptiert, das Gehirn Gottes. Wenn das sein Ziel ist, dann ist diese Stadt im Kern tatsächlich... So darf ich nicht denken. Ich kann mich doch nicht in Gedanken verlieren, während ich feindliches Gebiet stürme. Shogu? Sie ist nicht hier. Diese Straße führte nur in eine Richtung. Sie kann sich nicht verlaufen. Sie hat mich reingelegt. Dann war das eben alles gelogen, um mich von Anfang an hierher zu locken. Dafür wird sie büßen. Jetzt warte doch mal. Ich sagte doch, du sollst nicht so schnell machen. Schon mal was von Aufmerksamkeit gehört. Rennst da wie wild. Ohne mich los. Ich hab dich hergebracht. Ist es da nicht selbstverständlich, sich meinem Tempo anzupassen? Da stürmst du gleich. Wie verrückt los. Äh, ich dachte eigentlich, dass ich nur ein bisschen jogge. Nun, eins dürfen wir nicht vergessen. Das Gewicht gewisser Körperteile unterscheidet sich bei uns. Zudem bietest du weniger Fläche für Luftwiderstand. Ein Leid, das du nicht nachvollziehen kannst. Liegt's nicht eher daran, dass du einfach unsportlich bist? Was? Wie bitte? Wen nennst du einen Sport? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich dich nie im Sportunterricht gesehen habe. Na und? Sind sportliche Menschen was Besseres oder was? Wie kindisch. Aha, deswegen hast du auch den Körperbau eines Kindes. Mein Körperbau hat damit nichts zu tun. Und das sollen deine glitzernden Augen. Sind wir in einem Shoujo-Manga? Damit wurde ich geboren. Hat dir jemand beigebracht, sich nicht über den Körper anderer lustig zu machen? Was? Sag genau die richtige. Du blöd an Kitterhaltung. Geh mal auf den Nerven! Geh mal auf den Geist! Kommt los! Lass uns in Ruhe nach! Leider! Bei reiflicher Betrachtung war es ebenfalls unvorhergesehen, dich mitzubringen. Weißt du, ursprünglich wollte ich mich eigentlich alleine um die Sache kümmern. Niemand zwingt uns da gemeinsam reinzustürmen, oder? Ja, mir wäre es auch unwohl dabei, gemeinsam mit dir vorzugehen. Gehen wir getrennte Wege. Fall mir nicht zur Last, klar? Ja? Hm, das gilt auch für dich. Und jetzt geht's.